Gerade bei sehr tief liegenden Falten ist eine Behandlung durch einen Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie unumgänglich, wenn man wieder ein frisches Aussehen benötigt. Und hier, denke ich, kann man das sicherlich gut nachvollziehen. Hier werden wir sicherlich auch noch einige Behandlungen durchführen, damit wir zu einem natürlichen Ergebnis kommen. Eine Kombination aus Chialuronsäure und Botulinumtoxin wird hier wahrscheinlich notwendig sein, damit die Patientin am Ende auch zufrieden ist, wie alle anderen Patienten von uns auch. Und ich denke, das schaffen wir in diesem Fall auch.